Und wir kommen zurück! Das Dung schmeißt mal echt den Sperr voll da nehmen! Ich wollte eigentlich nur loslassen, also ich nicht Sperr werfe. Okay, bist du bereit? Hast du noch einen Sperr? Warte mal. Nimm dir. Scorch Earth übrigens geht weiter. Nicht, dass ihr euch vertut. Wir sind nicht im Season 3. Das ist Scorch Earth. Und wir haben da hinten drüben... Da hinten drüben, kann man das sagen? Da hinten drüben, ein wild gewordenen Raptor. Und wir hoffen, dass der jetzt nicht rüber kommt. Aber, unser Ziel ist es erstmal hier diesen Parasaurus zu schlachten. Wir brauchen Heid und Fleisch und alles drumherum. Direkt hier über Quavys Kopf hinweg. Komm, wir fangen einfach direkt mal an. Sperr ist kaputt. Wirf ihn, wirf den Sperr. Ja, ich versuch gerade irgendwie... Der ist recht tot. Ich war bei. Einmal voll nix. Next, hast du mal einen Sperr geklaut? Schwein! Ne, das war ich. Ey, du Schwein! Super. Alter. Perfekt. Jetzt guck mal, was der für ein Level hier hat. Zwölf. Zwanzig. Das geht auch noch. Sollte bereit? Hier? Und im Moment ruhig, ich hab Durst. Kann hier sein. Ich sammiert die ganze Sperre auf. Warte, warte. Jetzt warte doch. Keins Gesicht dafür gekriegt. Gleich mal hier gesagt, wer hier die... Ihr lauft hier an den 20er vorbei. Ja, Wasser. Durst. Wo weiss'n? Ja. Können wir morgen mal. Käfer. Wir sind doch Käfer. Ja, ich muss das noch kippen kommen. Was ist denn da, der hier? Ha! Go runter! Nein, nicht dran! Oh, Trottel. Oh, Trottel! Wir haben ja keine Wasserstelle hier! Ah, Durst! So, wo ist er? Ja. Wir sehen. Ja. Aua, du hast mich getroffen. Das war extra. Zauber. Aua! Alter, ich bin gleich tot. Hätten wir mal PvE gemacht. Das will keiner. Ups. So. Das ist echt verdient. Das ist immer für Menschen. Hast ihn gekillt? Ja, klar. Warte mal. Warte mal stehen. Geh mal den Speer zurück, der hier in dir steckt. Und willkommen zurück im normalen Wahnsinn. Warte mal stehen. Ich geh mal den Speer zurück. Der steckt auch im Dandertex mitgenommen. Nein, der steckt in dir. Ne, ich hab... Ne, hab keinen. Ja, bei mir hast du noch einen. Wir haben übrigens Glück, dass das Wasser hier auch Fische hat. Okay. Wir können nämlich so einen kleinen, kleinen Dock hier hinsetzen. Dann können wir ein bisschen angeln sogar noch. Das ist ja super. Angeln. Ja. So, ich mach jetzt jetzt mal hier ein paar Steinchen weg, die hier so ein bisschen stören. Mann, was sind denn das für Steine? Wir haben irgendwas falsch eingestellt auf dem Server. Aber es kann nicht sein, dass ich hier 30 Minuten auf einen Stein raufklopfe. Äh, doch. Es ist abartig, ne? Was da alles so rauskommt. Mhm. Wahnsinn. Wahnsinn. Wenn du das Sand gekriegt hast, kannst du gleich in die Masse reinmachen. Okay, okay. Geh, du bist in die Masse rein. Tuch! Oh, klar. Da geht es ja auch nochmal in den Wappen, meine, ähm, mein Werkzeug kaputt. Langsam müssen das Steine eigentlich mal fertig werden, Alter. Wo ist die Kiste, achta? Ich crafte mal eine neue Kiste. Terminal leer, Stein kaputt. Fiber 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 Rapper 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 Man Das Wir werden nicht in jeder Folge sterben Rapper 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 Wir müssen im Spiel viel geöffnet Rapper Rapper Wir haben Wir haben Keiner spawnen oder hat schon jemand? Kannst du am Morgen spawnen Ja, aber warum kann man da jetzt nicht spawnen? Wofür? Ja, weil ich da gerade spawnen Achso, weil du gespawnt bist, okay Das wäre ja mal die Frage gewesen, ob da jemand gespawnt ist Und das dauert wie lange? Fünf Minuten Fünf Minuten! Bin ich über die ganze Karte gelaufen Locker Bei wem spawn ich jetzt hier? Ist das vom Z das Häuslein? Ja, ich könnte dich da mal umschauen Und äh Also ich lebe hier ziemlich Hier kam vorhin mal ein Raptor vorbei Und Wo hast du den gebaut? Voll auf dem Felsen hier oben drauf Ja, natürlich, wenn spawnen dann in Sicherheit, oder? Wo ist jetzt unsere... Das ist hier unten gewesen, guck mal, wo bist du Z? Gerade beim Farmen Ich laufe gerade da vorne zu den Bäumen Weil... Ich darf jetzt warten Ja, stimmt, wir haben es Einen, keinen der Betten mehr benutzen Nein Ja, es sind ja nur zwei Und wir sind ja alle drei gestorben Doch, warum kann er noch spawnen? Woll Mach doch einfach mal Du kannst auch... Hä? Du bist doch noch nicht in meinem Bett auch spawnen, nicht? Der Dex ist ja gerade bei mir Ja, das ist eben Kann ja nur einer spawnen Alter, äh Dex, bau mal... Da ist er... in der Kiste ist noch ein Bett Baust doch auch mal auf Mach ich Mach ich Sch... 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 Das ist ja... Warte, ich kann den Raptor killen, ich mach jetzt voll im Bogen Das könnte ich lernen Ach jetzt... da hinten Oh, der Musik Ja Wappen Boah, wie ich Güterzüge hasse Wo ist denn die Bude da oben? Wie komme ich denn da hoch an? Das ist ja... Ach so... ja... das ist ja wirklich nur zum... Versuch durchzukommen und wenn ich spawnen dann wenigstens... ja... ähm... da... an der Seite wo die... wo die Hütte ist... Da kann man so hoch hüpfen Ich darf noch ein Bett dort reinbauen, ja? Ja... 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 Ich darf das ja oben aufs Dach... aufs Dach bauen Äh... Mal ansetzt das Ding jetzt endlich Geht nicht Einfach hier rein, kann man das einfach so reinsetzen? Auf das andere drauf Ich hab Angst, dass das kaputt geht das andere dann... Warte mal... Äh... Hast du das schon? Ich hab's in der Hand aber ich kann das draufbauen aber... Wirklich draufbauen Schräg Ähm... dann... dann baut es doch einfach... äh... Hierhin Ja... uah... lass mich mal durch Entschuldigung Tja... Jetzt hier Ja, mach ich so Äh... Jetzt kann spawnen Ach meinst du 24 Pfeile reichen oder sollte ich ein paar mehr machen? Ah, jetzt kann ich unten auch spawnen wieder Äh... noch nicht, der Raptor liegt da noch Okay, dann geh ich wieder hoch zum Z Was heißt wieder? Ich geh hoch zum Z Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß grad nicht wo... in welche Richtung... nicht laufen muss Ich kenn mich ja von der... Oh Gott, da guckt mich schon einer an Auf der Karte kenn ich mich mal grade null aus Weißt du, wo wir hin müssen, Grave? Ich weiß alles Aber... Oh Gott Du musst erstmal rauskommen Erstmal... Ja, der... der hat das super hingebaut, ne? Hat er toll gemacht Gleich eine reinhauen dafür Was ist da ab da hin? Ist doch grad noch hier Ich verhaschen? Hä? Hörst du mich verhaschen? Oh Mann, Alter, willst du mich verhaschen? Zieh den doch... Zieh den doch... wenn er hinter dir her läuft so weit wie möglich weg von... von der Position Wir müssen, glaube ich, einfach hier runter Ne, da hab ich schon mal geguckt Da ist... das ist nicht da Habe ich auch gedacht, dass es hier wäre Aber es ist nicht so Irgendwo ist das hier... Oh, da ist der Wasserlauf Bist du sicher? Ja? Ja, da hinten Ah, da hinten Gucken wir mal Wo ist da hinten? Zeig mal Da bist du... Da warten wir halt nicht Und hier? Da wo ich hingucke Da hinten? Ja Da sind wir... So weit sind wir gelaufen? Bin ich von Zeit gelaufen Ja, aber... Ähm... Mal gucken... Bin mal gespannt Also ich glaub das zumindest Das ist... Ah, da ist der Raptor Ja, hier ist der Wasserlauf Ich hab mal die Karte in der Hand Ich guck mal... Ob das fließt? Ähm... Ich möchte... Wenn ich irgendwann mal... Im real life sterben sollte Möchte ich dann aber auch wieder... Wieder beliebt werden mit einer Unterhose Und einer Karte in der Tasche Ah, da unten ist ein Raptoren Okay Ne? Ist doch... Ah, hier ist wirklich Wasser Ah, das ist die andere Seite vom... 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 Vom Wasser... Vom Wasser... Oh Gott Wow Was ist das noch mal nicht? Das ist die andere Seite, wo ich gesagt habe Guck mal, da hinten ist der Raptor Von der einen Seite Und das ist die genau hier jetzt Ja, ich muss mich grad erst mal heilen Machen sie das Oh, der Raptor ist immer noch da Oh, Mann Oh, Mann Witzlevel war dir 40 Mann, Mann, Mann Mh... Okay, komm schon Du bist heiltot Wir sterben, Raptor Das sind... Das sind zwei Raptoren Ne, ich glaub das ist nur ein Stückchen weiter hinten Das ist der zweite Wasserloch da hinten müsste sein Zwei Wasserlöcher? Das ist nur nur einer Ne, weiter hinten ist nur eins So... Ja, warst du doch beim Bett Raptor ist tot Ehrlich? Arme, Alter Arme, Alter Arme, Alter Arme, Alter Was für ein Ding? Gesundheit, ey Dankeschön Das Hundheit für das Hirn Vor allem Mh... Aber hier gibt's übrigens ganz viele von diesen Dingens hier Von den... Von diesen Wüstenfuchs Dingern Ganz viele Das ist gut Gutes Wissen Bärboa Ich glaub wir sind hier falsch Oder wie man die auch ausspricht Bärboa, ja genau Wir sind hier übrigens falsch, ne? Gehst du so ein Wasserloch? Aber das ist nicht das Und nicht unser Wasserloch Ne, ich meine Ich meine auch das hintere Oh, hier liegt ein Ei rum Parasaurus Ei Sind wir in die richtige Richtung gelaufen? Ich glaub... Ja, wir sind schon richtig Ich weiß gar nicht wo du bist Siehst du mich? Ah, du bist auf der anderen Seite Hier gibt's noch ein Wasserloch? Ist direkt was im Bett gestorben? Ja, weiter hinten ist noch mal ein Wasserloch Okay Wie? Oh Gott, ich werd ich... Ich neville hier nur beim... Beim... Beim Bären sammeln Haha Ja, ich verdrüste vor allem beim Bären sammeln Ist auch toll Oh Eh-kli-kli-kli-kli-kli-kli-kli-kli-kli-kli Nein, ich will nicht ohnmächtig werden Baby, du bist auf dem Tateau gestorben, oder wo bist du gestorben gewesen? Äh, ne, direkt an der Hütte. Nicht vorhanden in der Hütte. Keine Ahnung, obendrauf, unten drunter, irgendwo. Ach, da liegt der Lech so, hat mich aufgefressen, er ist direkt so um Dex gegangen. Immer kurz auf, K. Ich bin hinter dir, Dex. Ehrlich? Ja. Da bist du gespawnt? Ach, ne, du bist gar nicht gestorben. Ich hab bei dir das gestorben. Du bist drin, dein Lech, dich kann ich liegen lassen. Oh, ich bin aber fast tot, ey. Was läuft da, was läuft da? Leckrad, was ist los? Warum leckt sie hier? Mann, was ist los? Ah, das Wasser, die... Hier muss noch ein Wasserloch sein, bist du sicher? Ich bin total durcheinander hier. Also, der Punkt war, dass drei Wasserlöcher gab es da, in der Linie. Und da, wo wir jetzt waren, war ungefähr... Der Robot für dir. Ähm, oft, ähm, ich versuch's mal so zu erklären, da unten rechts ist hier so, ist so drei Punkte mit Wasser. An den, in dem Bergtower rum. Ja. Der oberste, an den obersten. Ah, da müssen wir aber nach Süden, da müssen wir hier zwischen den Felsen jetzt durch, oder wie. Ich weiß nicht, wie wir laufen, glaube ich, irgendwie falsch. Da müssen wir hier zwischen den Felsen durch. Ganz roter Strahl, äh... Ah, Terrobotskater haben vorbeigelaufen. Wo bist du? Zwischen 60 und 70 und 60 und 70, da. Ist ja so ein roter Berg. Und was für den linken Seiten drei... Nein, 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 Felsengrave, Felsengrave. Ha, 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 ha. Aufwitzig, ey, oah. Du kannst ja hier direkt spawnen. Ja, komm ich auch. Ja, du musst nach Süden, Decks. Du musst runterlaufen, also nach Süden laufen. Zwischen den Felsen durch. Da, wo die ganzen Terrobots waren, oder was? Ja, kann sein. Weiß ich nicht? Oh, da? Ey, Mann! Wo ist mein Pompass? Verdammt, nochmal. Und zum Wasser hin ist deine Leiche. Ich versuch mal hier lang zu laufen. Nein. Mir alles. Ich muss nur fünf Minuten überstehen, dann kann ich sterben, dann kann ich wieder ein neues brauchen. Das Ziel, fünf Minuten überleben. Oh, ne, Wölfe und Terrobots, ey. Was ist denn hier nur los? Mann! Guck mal hier auch. Mist, wie komm ich denn jetzt hier? Boah, du stirbst ja wirklich durch nie, der Scheißecke. Nein, du stirbst ja nicht durch die Scheißecke. Nein. Doch. Oh, doch. Ich nehme dich mal mit. Nein! Ich bin der Kuschel, der ist drin. Und Schwester Gravy. Hallo. Ich will nicht mehr. Ich will da aussehen. Oh nein, hier ist ein Wolf, ey. Wie? Ich weiß nicht, wo ich laufen soll. Wo muss ich nur? Wer bin ich? Warum? Warum lebe ich? Wieso bin ich nicht grün? Lebe also bin ich. Nein, ich denke also bin ich. Ja, ist mir wurscht. Mir war nicht so. Hallo. Willst du das hier aus, aus was ist das bauen, aus so diesen Sanddingern? Ja, wäre nicht. Ich fände die eigentlich ganz cool, aber ich brauche da noch ein bisschen, wie ich die mal machen kann. Kommt voll schnell, der erst. Oder? Ja, ich glaube schon. Nein, er wird... Nein! Bitte, bitte. Tickel, die, fuckel, die, fuckel. Ja, bitteschön, hast du das erste. Boah. Hehehe. Vor allem, ich stehe ich hinter... Nein, ich kann nicht nur entspannen. Ich will nur... Ich glaube, das mal Arbeit aufteilen, ne? Du machst diese komischen Leuchter mit... Aus Sand und ich will Farmen Holz. Ah, äh, den Lehm meinst du? Ja, ja, den Lehm. Du machst Lehm, ich mach Holz und... Ding. Warte, ich mach zuerst. Äh, Fiber. Weil wir genug Fiber haben, haben wir da schon ein paar Problemen. Da schmeiß ich jetzt mal weg. Damit eh nur. Sag mal, Fiber hab ich hier noch 92, da schmeiß ich dir mal hin. Nein, nein, tu da in die Kiste rein. Ich will jetzt alles aufteilen. Äh, die haben ja drei Kisten stehen. Die Linke würde ich jetzt die Fiber tun. Geht von weg. Achso, dann tschüss. Bis dich doch. Das kann doch nicht wahr sein. Wo muss man denn hier lang? Wo stirbt man denn mal nicht? Ich hätte vorher meine Axt noch reparieren sollen. Oh, hier sind die Sachen. In die zweite Kiste tue ich die Spawn. Ich hab mir auch gerade eben gedacht, als sie gespawnt werden. Hätte ich mal meine Minigun dabei gehabt. Aber nein, habt ihr diesmal nicht in der Tasche. In der Westentasche. Aber hier ist ja schon raus. Das ist wunderbar, das ist. Ach, jetzt leidet der. Wie sagte Bilbo einst. Stopp, halt, wir müssen umkehren. Mein Taschentuch. Ich habe mein Taschentuch zu Hause vergessen. Das ist geil. Das Taschentuch ist doch voll wichtig. Ohne geht man wirklich aus dem Haus. Eigentlich, das Buch, im Buch steht übrigens nicht, dass er das Taschentuch sagte, glaube ich auch. Im Buch sagt er, sagt er, dass er sein, sein Pfeifenkraut, seine Pfeife vergessen hat und sein Pfeifenkraut. Ja, natürlich, wenn das alles so besetzt ist, ist das, ja, normal. Aber sonst würde dann die Jugend denken, dieser immer dieser drogensüchtigen, immer diese drogensüchtigen Hobbits. Diese Blagen, ey. Was ist denn für den Water-Ding da? Da ist Stolz, was Stolz ist, damit die... Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, Leute. Leute, ich töte mich jetzt einfach. Aber das Problem ist, ich habe jetzt keine bösen Tiere hier, wo ich mich töten kann. Und wo ist irgendwas, was mich angreifen kann, was mich beißt oder so. Komm, Mensch. Hey, das kann doch nicht sein, das ist... So weit, so weit ist das doch von der Karte gar nicht entfernt gewesen, ne. Oh, mir ist heiß. Mir ist heiß. Oh, nee. 41 Grad. Oh, ja. Ich kenne mich jetzt. Ich habe übrigens den Self-Kill, den Self-Kill-Knopf gefunden. Oh. Ich zeige dir ganz kurz. Da musst du hier oben einmal zuhauen und dann... Ach, das habe ich auch. ...kriegst du den Self-Kill, die Self-Taste, Ankylo 86, äh, 96. Dabei wollte ich nur gucken, so... Bist du aggro oder flüchtest du, wenn ich dich hau? Sag mal, wollt ihr jetzt wirklich schon aus Sand bauen? Aus Sand? Ja, Sand. Ich weiß, warum da Sand ist. Sandhaus. Wenn da dann... Bitte aus Lehm. Lehm hier. Wollt ihr eine Kathete bauen? Ein Katheter legen? Kann man auch. Oh, ja. Gibt es noch irgendwas, was ich hier nutzen kann? Ja, ganz links sind Sachen von mir drin. Ganz links. Okay. Wow. Upschla-Bla-Bla. Upschla-Bla-Bla, ja, ja. Ähm, die Brille... Wollt ihr die Brille denn haben? Du kannst mal Fiber sammeln und das in die zweite Kiste tun, dass wir da... ... die Kiste voll Fiber haben. Wir brauchen noch Sand. Und Sand. Ja, klar. Ich brauche noch Klamotten. Ja, guck... Ja, ich hab ganz... Ich hab vorhin gesagt, wenn ihr kurz wartet, komm ich mit. Aber nein, ihr seid einfach ohne mich gegangen. Wir haben aber den Weg nie gefunden. Ich bin jetzt einfach gestorben und bin jetzt einfach wieder hier bei mir. Ach, ich kann ja hier... Ich kann ja hier fast travel... Ja, mach das mal so, weil ich... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab keine Ahnung. Ich bin jetzt zweimal dort irgendwie... ... in so einem Flussbett rumgeirrt. Und den Wolf, den ich gefragt habe, der hat den Weg nicht gewusst. Auch der Kühle nicht. Das ist ja unhöflich von mir. Der Kühle hat mir den Weg gezeigt, aber ich war mit mir mit dem Kopf dazwischen. Oh, Bullenhitze ist hier scheiß. Musst du im Wasser runter, da ist nix. Da ist gar nix. Naja, ich bin dann unterwegs. Ja. Das sieht so wie das geil aus, mit dem Vater Morgana überall. Also irgendwas stimmt wirklich nicht. Da kannst du ja nicht so lang drauf rumpolzeln. Diesen Stein, bis dann mal was kaputt geht. Aber du kriegst genug raus, also von daher. Ja, ich auch guck. Du musst zu einem Mal komplett zu 200 Stamina oder sowas, aber irgendwann hast du aber... Ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir vielleicht irgendeine Einstellung falsch haben, dass die... ...die Ressourcen zu lange bearbeitet werden dürfen. Nein. Beim normalen Arktuch auch so. Naja. Brauchen wir eigentlich Kaktus-Set, wo kann ich das wegschmeißen? Äh, du sollst... Das brauchen wir, ey, das brauchen wir für den Leben. Wie ich wegschmeißen. Kaktus-Set, wo auch nur okay. Ja. Oh, okay. Voll lustig, weiß ich, dass ich gerade hier sehe. Ja. Den grünen Ark und den umgedrehten Fuß. Der ist genau dort da hinten. Ach so, mein... Hier wollte ich ja auch eigentlich bauen, aber ihr habt das ja nicht ganz verstanden. Ja. Drei Folgen später. Ah, ja, ja, ja. Oh, 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 oh. Ich seh nur ne Foundation. Das ist doch das Haus. Ja, Folsten. Eigentlich auch, Junge. Junge Mädchen, junge Mädchen. Junge Mädchen, Junge. Dead berg rechts, dead berg links. Das ist einmal Bett. Rechts, Bett links. Dead, Bett. Bett böse? Bett? Bett. Bettzett. Bettzett. Du bist so voll ist mich, der. Bin ich wirklich, man. Jidi, 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 jidi. Da liegt sogar noch mal Sleeping Bag. Wurzfeuer brauch ich perfekt. Gar nicht auf jeden Fall. Wir haben nur ein Bett, also... Kann ich ja mal... Beugerützt! Clay brauchst echt viel, ist das wirklich. Und stell dir wie her? Sand und? In Kaktus-Saft, Sepp. Oh... Hallo! Wie groß war denn die Grund-Foundation im Bauen? Das ist keine Idee über das aus mir. Okay, mach ich's. Warte mal. Ich hab hier noch ein paar Foundations. Kann ich jetzt hier fast travelen? Ja, kannst du machen. Kann man das einfach so noch? Ich glaub das... Der Bett ist inaktiv. Könnt uns theoretisch noch eins breiter machen hier? Wenn hier nochmal eins dranhängen, also noch... Bewegt? Drei... Vier... Sieben. Einmal hier außenrum noch. Na ja, jetzt könnt ihr nicht noch ein Bauen? Wieso ist das... Wieso inaktiv ist das? Weil crafte mal hier ein bisschen mehr. Oh ne, jetzt geht's. Bleib in die Bett. Okay, ich hab hier noch ein paar... Beivende und noch mehr. Oh, ihr habt schöne Blumen hier. Oh, damit kann ich natürlich noch... Oh, damit kann ich natürlich noch ein Doorframe. Okay, einmal umschaut. Ja, sie geht los. Oh, okay. Klar, dass das zwar in der Senke ist, aber... Passt. Jetzt jammert der Herr auch noch. Raus. Die Farbe gefällt aber nicht, die passt nicht zu meinem Abendkleid. Die sind wunderschön. Für dehydrated, oh. Also, eine kommt definitiv. Wir haben ja Wasser hier. Geh mal ins Wasser. Und da kommt auf jeden Fall ne Wand. Oh, jetzt komm ich da nicht hoch, oder was? Ich krieg keinen hooooch. Kannst du mal neue Produktionen hier starten? Hier fehlt nur ich. Ich bin Brody. Ich muss hier erstmal gar nichts. Oh. Doch. Genau das muss. Oh, was denn hier für tolle Blumen. Weise Blumen. Oh, Seide. Ja. Nicht verlassen. Seide? Seide ist... Was ist das? Was? Was? X? Ah, endlich kriegt man ja mal geteilt XP, ey. Der wollte gerade in die Tür reinspringen. Haben sie denn voll die Tür ins Gesicht. Relevant. So, wenn sie sich etwas anziehen. I would. Juhu. Haben wir kein Touch mehr? Nein. So. Ich hole... Ich bin grad äh... Ich versuch grad an die Bäume hier zu kommen. Ähm... Hast du ein bisschen Touch? Don? Du bist doch drin in der rechten Kiste drin sein. Das ist nichts mehr. Was? Ich bin in der zweiten Kiste. Ah, hier. Was? Kamala Kräger, das macht jeder halt, Alter. Ich hab noch 10 Touch, mehr nicht. Dann gehen wir in die 10 mal ganz kurz her. Ich schmeiß in die Kiste hier rein. Der Mitte sind Klamotten-Sachen. Mist, ey. Ich brauch 20 insgesamt. Ich wollte nur noch eine Kiste bauen. Mist, verdammt. 5 Touch fehlt mir noch. Was habt ihr denn für Probleme immer? Geh, sammeln du Stück. Aber echt? Ich kann mich grad nicht bewegen. Oh, ich hab sogar Stein... äh... Sand mitgebracht. Ich bin 2 Cent in der Mörser. Ich muss mich erst mal wieder bewegen können dürfen. Warte. Wo ist der Mörser? Der ist ja oben drauf, ne? Ja. Sieh super schön aus. Dieses... äh... Lehmzeugsgebäude. Ja. Euch was an. Seht ihr denn aus? Woher steht? I don't fuck nation. Ah, das kann ich dann wieder hier reinschmeißen. Ey, das ist so drin. Na, da kommst du nicht hin, Tex, glaub ich. Du musst einmal, äh, links außen rum. Woll ich hier rechts? Hab ja außen versucht. Nee, ging nicht. Auch nicht? Hier ist doch Tetsch, äh... Ah, Junge. Hier rum auch fahrt da, ey. Wo hast du welches gefunden? Ganz rechts. Ganz rechts kann nicht sein. Du hast es auch selber reingeguckt. Hab ich grad reingeguckt. Da sind 300 drin ungefähr. Bring ja was mit. Papa ist ja da. Da hast du grad was für... Andere Seite. Das ist ganz links, Mann. Ja, von da aus war es rechts gewesen. Oh, hier ist ganz viel. Da... Ein Beinkleid, ne? Dann im Mund. So, da ist noch Holz. Äh... Hier ist noch Holz. Fiber. Fiber ist... Was fehlt denn jetzt noch? Da ist noch ein Stein. Hier ist noch Seide. Es ist so schön mit euch. Nein. Ich wusste das. Boah. Handschuhe. Auch in der Mitte. Ich äh... So, das ist... Und das ist... Bauer da rein. Hat du noch was für die Füße? Ja, kommt. Wart ich weiß. Ist so heiß... Ist so heiß da, äh... Ah, jetzt. Jetzt hier. An den Fuß holen. Fühlt sich doch gleich besser an. Ich bin komplett angezogen. Ich auch. Du auch. Gravy auch. Ich... Ich bin, äh... Na... Hallo, ich hab... Natur... Naturhaut. Oh, da hab ich ja viel zu kraftet. Aber wir sterben ja auch oft genug, ne? Also wir brauchen jetzt erstmal... Clay. Sand brauchen wir... Äh, farm war ein bisschen Sand. Wir brauchen ein bisschen Sand. Ich fahr mir jetzt seit Holz. Ja, aber... Wo... Wo tut ihr den Sand denn eigentlich farmen? Müsst ihr einfach nur Stein abbauen? Oder was macht ihr? Ja, ne abbauen. Steine bauen. Die liegen auch im Boden. Die Sachen. So, dann kraft ich schon mal ein paar Wände. Und hier... Das... Das... Ich bin ja mal gespannt, wie das nachher das Projekt aussieht. Wir haben ja bei Minecraft damals ziemlich größere Städte gebaut. Und dann auch so gesehen... Brauchten wir jetzt nicht verteidigen, aber... Also... Oh Gott, was war das? Großartig verteidigen. Aber das war immer ganz... Ganz tolle Großprojekte immer. Gut. Ich bin zu schwer. Zu schwer. Zu schwer. Zu schwer. Zu schwer. Zu schwer. Schwer. So, ich bring mal ein bisschen Sand mit. Ab in den Mörser. Wir brauchen dann noch Kaktussaft. Kaktus. 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 Aus. Nein. Wie heißt denn diese Paste, die man da herstellt? Wie heißte Worm? Kley. Kley. Kley, kley, kley. Kley, 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 kley. Finis statt denn. Kley, kley, kley. Du solltest erstmal lernen. Ja. Ich weiss wirklich sowieso. Direkt am Anfang der Monatessen. Nach Sparktower, die der nächsten Reihe werden. Und zweiter Stelle. Hier geht's nachholen und alles Mögliche. Aber nicht so viele Kaktusen. Doch, oben links. Das sind Kaktusen. Ok. Und bei mir gab's ohne Ende Kaktusen. immer diese kaktusen kaktusen ich glaube es kaum dass wir es wirklich hier aus hier gibt es ja klamotten zum anziehen ist ja super ich habe schon das ganze holz rausgenommen ich habe das ganze ausgenommen das man also an der richtigen stelle steht aber das auch manchmal dass er denkt so eigentlich müsstest du das hier pflücken können also ich habe es vor allem bei den lindablonen alter geht da weg ein kühler verschwinde kumpel sind oder ein kurs kumpel sind oder ein schnisch rein noch rechte ein Ich hab' noch 2 von der hier schon, das heißt Holzfrau ich jetzt Eigentlich zu klein, 4x4 Glaub ich brauch's ein bisschen in die Breite Hab' ich ja bevor ich da an den Kapitän rankomme, ey Na ja, ich hab' gleich fertig Ich nehm' sie ab und lauf' wieder runter Weiß' denn, was du hast Oh, jetzt kann sie eigentlich nur noch besser werden Ihr Unguckstwert, achten Äh Warum? Hä, kein Holz? Äh Jetzt haben wir ja schon Ein Häuslein Diese großen Bäume, die hier links siehst, die Frauen bringen beide Sag mal so, es sollte sich mit ner komplette Katastrophe enden Und jetzt, jetzt wird alles gut In dem Bau, in dem ich jetzt gefiltert hab, hast du alles rein gekriegt, deswegen Ich hab's sogar streng gekriegt, warum krieg ich die Steigen, wenn ich n' Aufschlag Ach, ist's doch nicht Vielleicht weil neben dran noch ein Stein ist? Vielleicht Wir brauchen echt Vielleicht auch nicht Jetzt, wir haben ja eigentlich gar kein Problem mit Wasser, wir haben jetzt irgendwie ein Problem mit Holz, ne? Das kann doch sein, hier gibt's irgendwie so gut wie gar keine Bäumchen, aber die wachsen ja ziemlich schnell Ja, halt bitte, hier gibt's ja wohl nur noch für die Bäume Ja, war das so ein bisschen Vor die Tür Wo wir hier für die Kaktos darf Ja, you are overheating, halt die Klappe Diese fällt mir ganz schön Äh, ich hab grad Ich erst das zurück, wegen ein Ach, ey, es Ich komm mal hin, ich werd doch nochmal hoch, ey Was für ein Material gesammelt Wir hatten ein Kistchen gestellt, ich hab's gehört Ja Äh Na dann Warum ist hier ein Tatsch? Was? 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 Ach, schön, das ist das Da существierte Euh,ồngdeutsch, Gebäude wird da entstehen Was? Was werd' doch Dann wirst du abgerissen. Oh weren't du abgerissen. member kicked das wasser runter geht und bist du gerade dix achter holz holz lief vielleicht brauchen wir mehr tätschern der holz das brauchen wir gerade kannst du mal kann man jemand ganz kurz zu mir kommen hier unten bevor ich den ganzen weg wieder hoch und da hoch und da hoch du siehst mich du siehst mich das gut drop it like it hard drop it like it hard drop it like it hard voll vollsten das hat er wirklich so der wirklich um die peinchen machte ich arbeite schon ich arbeite schon keine steine mehr da ich glaube es nicht als ob sie zu zerstören würde es stört mich ja nicht aber das machst du nicht vor allen leuten nur im Let's Play aber ohne nur ich netten in einem Let's Play und Stone und ohne ohne Bayerns bitte in meinem Leben ist ein hoher bitte da über mich steht da hinten dann kühle Luft weil er bei mir auch das glaube ich vom Feld in der Himmel von Fallen Bauer weggefeucht auszusehen Aua, Bad! Ich liebe das schon, wie alles rum. Das da. Prost. Was war das denn? Was war das denn? Das hat uns gerade angehört, ob da irgendjemand die Eier abgeknipst worden sind. Au! Aua, was macht ihr? Hast du gerade eine Bula geworfen oder? Okay, ein Bumerang. Ihr seid echt, ihr habt echt nichts zu tun. Jetzt will ich hoffen, dass jetzt der Raptor kommt und der denkt, ich bin tot und dann frisst er euch auf und dann geht er aber ja weiter. Nein, der denkt, du bist ein Häppchen. Geh mal her, wer hat das weggenommen? Wer hat das weggenommen? Na gut. Ich mach jetzt mal die Aufnahme. Stopp ich jetzt hier mal. Abmoderation. Bis zur nächsten Folge. Und dann werde ich den Dieb finden, der gerade meine zwei Foundations geklaut hat. Okay, bis dann und bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.